Die Bayerischen Landtagswahlen haben ein einschneidendes Ergebnis gebracht. Die CSU ist zum 16. Landesverband der CDU geworden. Leider hat die Linke diesmal den Einzug in den Bayerischen Landtag nicht geschafft. Wir haben einen engagierten Wahlkampf geführt. Nichtsdestotrotz, die Bayern haben sich entschieden, dass sie als letzte eine linke Fraktion in den Landtag bekommen. Wir werden unser Engagement für soziale Gerechtigkeit auch in Bayern, in den Bezirksparlamenten, in den Kommunen fortsetzen. Und wir werden mit großem Engagement in das nächste Wahljahr gehen. Auch dieses Wahlergebnis ist anspornend für uns, das Jahr 2009 nicht nur um veränderte Zusammensetzung der Parlamente und Regierungen zu kämpfen, sondern für einen wirklichen Politikwechsel. Dafür hat uns auch der Wahlkampf und das Ergebnis in Bayern optimistisch gestimmt. Auf ein neues im Jahr 2009. Vielen Dank. Vielen Dank.